Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Oberkassel. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der immobilierten Wohnung liegt bei ca. 50 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.390 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal.